Ich muss mal gucken, ob ich es wieder ausnahmsweise reingeschafft habe. Ich weiß gar nicht, wie man das da reinschafft. Ich bin sehr gespannt, ob es was zu lachen gibt. Es kann eigentlich im Grunde genommen nur gut werden, Lubo ist da. Und Lubo ist sehr nah an Menschen dran. Und es sieht fast so aus, als wenn wir Runde 1 sind. Jo, okay. Los geht's. Oh, warte mal kurz. Wir haben schon Car Contact 0x. Gut. Das kann auf jeden Fall nur fantastisch werden. Warte. Gleich rede ich weiter mit Black Stories. Die Frage merke ich mir für morgen. Toll. Vielleicht nochmal mehr vor mich, dass ich nichts sehe. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie viele Leute hier über den Rasen fahren. Oh no. Oh no. Oh no. Ich will nicht glauben, Leute. Ich will nicht glauben. Aber wirklich, 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 wirklich. Oh, nicht mal die Flaps gehen. Und wirds sent over top of Cars, into the outside wall, kommt auf den Rücken auf den Rücken. Ich weiß nicht, ob die Trucke ist. Wir haben gute Nachrichten für dich. All die Dämpfe ist reparabel. Er ist tot, am Ende. Nope, it's still running. Der geht doch doch. Oh, was ist hier los? Oh, oh. Ich würde das feiern, wenn irgendwann mal so ein ICQ-Sound kommt. Ich will dann hin. Ich glaube, die sind sich nicht so einig. Dope. Oh, Gott, bye. Oh, Gott, bye. Oh, Gott, bye. Oh, was ist ein Safe? Es war kein Safe, aber... Oh, man. Holy moly, Junge. Wir kennen das alle, die Entscheidung, der Moment, wenn das Auto vor dir steht und du triffst eine Entscheidung in der einen Sekunden, die du hast und dann ist sie einfach falsch. Wir kennen ihn alle, diesen Moment. Du könntest links fahren, du könntest rechts fahren und du entscheidest dich einfach für rechts und dann kommt der Zonk und dann ist, ah nee, das war leider nicht korrekt. Ich glaube, das Auto ist kaputt. Se me fue, me me fue. Joder, macho. No se si me han tocado o no me han tocado, pero se me fue completamente. Vaya dos carreras llevo, eh. Verás, verás. Oh, das geht nicht gut. On your left, you're clear. Left side. Das geht gut. Das war ein Performance X. Still there at your door? Still there? Ah, Ibias. Still there? Die lehnen sich schon mal ordentlich an. Die lehnen sich schon mal ordentlich an. Still there. So, come est, te comest du den Low Chumper. Yo no. Alter, boiter. A la derecha. Oye, aquí, tío. Oye, aquí, tío. Oye, aquí, tío. No te creo, tío. Espera que se quite las... Au, man. Es que es unormal este, tío. Me cago en la puta, tío. Ja, also ich meine, am Ende, wo will er da hin, so? Thank you. Andrew, thank you. No, Tiago encima. Tiago, gracias, Tiago. No sé quién coño es. No, no, no. Tío, pero ¿para qué haces esto? Porque tienes que quedar en medio de todo el follón aquí. Liberado abajo. Ah, hay que ser mejor, barbaro. Me clava, hay un peso en el coche ahí. Aquí se queda no sé ni cuánto tiempo. El tipo acelera y mira lo que hace. Frena, 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 frena. Uuuuuuuh, no. Sí, claro, en la recta nadie me da. Aquí me van a darse. Loap. Aquí está la plaza. Yo, ¿no? Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Oh, hier. Guck mal. Christoph. Ich habe ein bisschen verbrannt. Ich komme, weil ich schiesse dich auf der Raden noch. Ich habe es nur gelapft. Ich glaube, es geht. Ich hatte schon mal noch ein bisschen chill. Hey, Car is off be ready In der Menge Oh 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 Lebes noch kommt der schaffst du was geht schon wieder los oh no caron still there hold your line still there hold your line die bremste war so spät man der scheiß spieler oh ich glaube der ist weg Oh, da ist noch mal, da hat noch mal einen Taucher gemacht. Och, ne, Digga. Wayne sind halt maximal Helmets geworden. Mama, ich will noch nicht sterben. Scheiße. Halt auf an die Brombe, Bruder. Okay. Ah, Dwayne sind einfach geschlichen und alle anderen denken sich so, ah, warum fährt der denn so langsam? Das ist doch Muck, da halte ich jetzt einfach rein. Ich gehe rein. Oh, no. Ich muss ja auch wirklich immer viel los. Oh. Oh, Lugo gepennt. Lugo gepennt. Mein Mist. Moment. Ist die Hölle zugefroren? Ist die Hölle zugefroren? Was? Habe ich gerade gehört? Mein Mistake? Green rifle. Ey, Chat, wartet mal ganz kurz. Ich muss kurz gucken, ob draußen irgendwie hier, ob da Schweine fliegen. Moment. Es fliegt niemand. Kein Tilt, nichts. Mein Mistake. Mein Mistake. Mein Mistake. Oh, no. Ich sag's, wie es ist. Ist für dich, Lugo. Ist für dich. Hab dich ganz toll lieb, Maja. Das, finde ich, hat mir sehr imponiert, dass ich dich in der Compilation mal gesehen habe und du dich getiltet hast. Ich meine, dass du deine Fehler einsiehst, das weiß ich. Das weiß ich wirklich, weil du eigentlich ein Mensch mit Grips bist, aber das hat mich jetzt wirklich abgeholt, Lugo. Vollste und höchste Anerkennung. Auspülen anerbieten. Oh, es ist ein 9. Oh. Espectacular. Auspülen ein Porsche. Ich habe das, was mit Böhmu. Ich habe den Klarseimắng. Was, Mann? Hat er mitten auf der Strecke ein Disconnect gehabt? War das der? Zachary? Was macht ihr, Dio? Nein, das war der nicht der Disconnect. Was macht ihr, Dio? Was? Was, Mann? Ein Scheiß, ey. Ja. Go right, left side. Der Pool livery. Woah, okay. Clear on the left. Go right, go left, go left. Get the car right. Woah, 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 woah. Woah, 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 woah. Jeezus Christ, do you don't see the fucking wreck in front of you? Nee, das ist auch nicht so einfach. Sind wir mal ehrlich? Tschuldigung? A tu derecha dos. A un a tu lado. En derecha. Autodetenedo pista. Continua a tu derecha. Libre derecha. Oh, aber hier bremsen, Menschen. Hier wird nicht durchgezogen. Hier wird nicht bremsen. Das war eine sehr spanische Folge, würde ich sagen. Aber war gut. Untertitelung des ZDF, 2020